Die Notfallversorgung erfolgt nach einer genau definierten Vorgangsweise. Nach dem Ansprechen des Patienten und dem Check der Vitalfunktionen wird dieser auf das Vorhandensein von lebensgefährlichen Blutungen, Verletzungen der Halswirbelsäule und einer möglichen Unterkühlung untersucht. In weiterer Folge wird nach dem ABCDE-Schema vorgegangen. Das ABCDE-Schema ermöglicht eine rasche Beurteilung des Patientenzustandes. Diese Untersuchung sollte nicht länger als drei Minuten dauern. An oberster Stelle steht dabei das Erkennen und Behandeln von akut lebensbedrohlichen Situationen. Die Dokumentation erfolgt im ÖBAD-Patientenprotokoll. Unter Critical Situation werden akut bedrohliche Zustände erkannt und sofort behandelt. Starke arterielle Blutungen werden durch Abdrücken oder wenn möglich durch Abbinden mit einem Turnikett versorgt. Beim Verdacht auf eine Verletzung der Halswirbelsäule wird diese mittels einer HWS-Schiene stabilisiert. Bei einer drohenden Unterkühlung besteht die Gefahr von Gerinnungsstörungen und dadurch hervorgerufenem Blutverlust. Zum Wärmeerhalt wird eine Rettungsdecke angewendet. Eine Störung im Bereich der Atemwege erkennt man meist sofort durch Geräusche wie Schnarchen, Rauschen oder Pfeifen. Bei einem bewusstlosen Patienten besteht immer die Gefahr einer Verlegung der Atemwege. Die Maßnahmen zur Sicherstellung der Atemwege bestehen im Freimachen bzw. Freihalten selbiger. Man entfernt Fremdkörper aus der Mundhöhle und überstreckt den Kopf. Bei Bedarf kann auch das Absaugen von Blut oder Sekreten notwendig sein. Bei einem bewusstlosen Patienten kann der Atemweg durch Zurücksinken der Zunge verlegt sein. Durch Überstrecken des Kopfes und Anheben des Kinns wird die Zunge angehoben und damit der Atemweg frei. Zur Beurteilung der Atmung dient wie folgt. Die sichtbaren Bewegungen des Brustkorbes, das Hören des Atemgeräuschs bei Ein- und Ausatmen und das Fühlen der Ausatemluft an der eigenen Wange. Die normale Atemfrequenz beim Erwachsenen liegt bei ca. 12 Atemzügen pro Minute. Bei erschwerter Atmung ist eine entsprechende Lagerung des Patienten herzustellen, meist in sitzender Position und in möglich die zusätzliche Gabe von Sauerstoff. Bei fehlender Atmung werden unverzüglich Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Eine ausreichende Kreislaffunktion wird von drei Faktoren bestimmt. Der Blutmenge, der Funktion des Herzens und der der Gefäße. Zuerst suchen wir nach äußeren Verletzungen mit massivem Blutverlust nach außen. Danach können wir mit der Messung der Rekabillarisierungszeit, dem Messen der Pulsfrequenz, der Beurteilung der Hautfarbe, blass oder rosig und eventuell mit der Messung des Blutdrucks die Kreislaufsituation beurteilen. Die Rekabillarisierungszeit beträgt im Normalfall weniger als zwei bis drei Sekunden. Die Normalwerte der Pulsfrequenz liegen zwischen 50 und 100 Schlägen pro Minute und der Normbereich des Blutdrucks liegt bei 140 zu 90 mmHg. Die Maßnahmen bestehen in der Blutstillung mit Verbänden, der passenden Lagerung und bei instabilen Beckenfrakturen in der Anwendung eines Beckengurts. Unter D werden Funktionsstörungen von Gehirn und peripheren Nerven erfasst. Wir beurteilen zuerst den Bewusstseinszustand, der sich unterscheidet zwischen klar, getrübt und bewusstlos. Folgende Ursachen können Auslöser von Bewusstseinsstörungen sein. Schädelverletzungen, Störungen des Zuckerstoffwechsels, Vergiftungen oder Unterkühlung. Hinweise auf Schädelverletzungen liefern uns Prellmarken, Abschürfungen und Rissquetschwunden am Kopf, Abschürfungen am Helm und der Unfallmechanismus. Hinweise auf Vergiftungen liefert die Kontrolle der Ausatemluft und das Vorhandensein von Medikamentenpackungen. Eine Störung des Blutzuckerstoffwechsels als Ursache einer Bewusstseinsstörung ist mit der Messung des Blutzuckers zu erfassen und eine Unterkühlung aufgrund der vorherrschenden äußeren Bedingungen zu beurteilen. Drei notwendige Maßnahmen sind zu setzen. Überwachung des Patienten, passende Lagerung und Schutz vor Auskühlung. Anschließend wird bei der DMS-Prüfung die Durchblutung über die Feststellung der Hautfarbe, rosig oder blass, untersucht, die Motorik über einen Bewegungsversuch von Fingern und Zehen und die Sensibilität von Fingern und Zehen beurteilt. Mögliche Ursachen einer Störung können Verletzungen von Nerven oder Blutgefäßen sein. Die Maßnahmen bestehen in adäquater Lagerung des Patienten und der laufenden Beobachtung des Patientenzustandes. E steht für Exposure. Damit gemeint ist eine vollständige Untersuchung des Patienten von oben nach unten und von vorne nach hinten. Wir bezeichnen diesen Ablauf auch als Trauma-Check. Die Untersuchung wird in folgender Reihenfolge gemacht. Kopf- und Halswirbelsäule, Schultergürtel, Brustkorb, Bauch, Extremitäten und zuletzt der Rücken. Mögliche Maßnahmen nach diesem Untersuchungsschritt, Versorgung offener Wunden, Schienung von Frakturen und Luxationen, Lagerung des Patienten und Schutz vor Auskühlung. Wenn Untersuchung und Behandlung des Patienten abgeschlossen sind, ist der Patient transportfertig. Abschließend folgt die Durchführung des Transports und die strukturierte Übergabe des Patienten.